Konntest du dir vor einigen Jahren vorstellen, dich wo auch immer zu, was auch immer zu bilden? Ähm, ja, natürlich konntest du. Mit Kompromissen. Gib's zu. Und den üblichen Ablenkungen. Wissen wir doch alle. Was bittest du denn? Ach so, ein Online-Kurs. Nicht ganz, lieber Bertl. Aufpassen! Dass du in einer Welt lebst, in der du Wissen und Informationen immer und überall abrufen kannst, ist dir ja mittlerweile klar. MOOCs sind nur eine Möglichkeit. Klar sind das Online-Kurse. Aber da steckt schon ein wenig mehr Konzept dahinter. Nämlich Bildung online zu einem gemeinsamen Ereignis zu machen. Bei dem Menschen wieder gemeinsam lernen und sich dazu austauschen. Die Plattform iMOOCs nahm 2013 ihren Anfang. Das Ziel von iMOOCs? Universitäre und allgemeine Inhalte einer breiten Bevölkerungsschicht unangeschränkt zugänglich zu machen. iMOOCs ist die erste und seitdem auch die einzige Plattform aus Österreich, die eng mit Hochschulen und Partnern aus verschiedenen Bildungsbereichen zusammenarbeitet. Jeder kann also auf iMOOCs Lernangebote auf universitärem Niveau abrufen. Zu den spannendsten Themen für Freizeit, Beruf oder auch das Studium. Und das absolut kostenfrei. Online-Kurse auf iMOOCs sind multimedial. Teilnehmen heißt interaktiv und kommunikativ zu lernen. Denn wenn du willst, lernst du auf iMOOCs mit vielen anderen. So bekommst du Hilfestellungen, Input und laufend Anregungen, um dein Wissen entsprechend deiner Interessen zu erweitern. Aber es gibt noch was zu lauschen. iMOOCs.at bietet also nicht nur kostenlose Online-Kurse an, sondern wir sind DSGVO-konform. Wir ermöglichen Lehrenden und Studierenden, sich ohne Registrierung bei iMOOCs.at einfach einzulocken. Und das Dritte, wir bieten ausschließlich sogenannte Open Educational Resources an. Das heißt, sämtliche Inhalte von iMOOCs.at sind urheberrechtlich so gestaltet, dass diese Inhalte weiterverwendet, im besten Fall sogar bearbeitet werden können und zur kostenlosen Bildung der Gesellschaft beitragen. Und wir werden größer. Die Nachfrage wächst und unser Netzwerk dehnt sich aus. Österreichweit. Aber eigentlich? Grenzenlos. Nun, wie stellst du dir vor, morgen zu lernen? Die Bildungsreise von iMOOCs hat erst begonnen. Sei dabei, belebe dein Lernen. iMOOCs 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 iMOOC 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 iMOOC